109. Zum zweiten Transfer, der heute noch nachzuholen ist, das Video wird auf jeden Fall einen Tacken länger werden, als das zu Immerbayers, denn zu Orel Mangala gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Der war von Beginn an so ein bisschen ein Teil dieses Verkaufs-Dreiecks, im Sinne von, mit denen kann man richtig Kohle machen, dazu zählt natürlich auch Sosa und Kalajic. Mangala wurde dann in den letzten Wochen immer klarer, dass der weg ist, dass die Gerüchte schon recht klar werden, ist seit 2017 beim VfB gewesen, für 1,8 Millionen kam er aus Anderlecht, damit war er der dienstälteste VfB-Spieler im Kader. Nun ist das Borna Sosa, der seit Sommer 2018 im Verein ist beim VfB, war da vorne BVB-Jugend-Mangala, hatte eine Leihe zum HSV in der Liga 18-19, die echt gut lief für ihn, hatte bei uns noch einen Vertrag bis Sommer 2024, noch zwei Jahre, Restvertrag gehabt, Marktwert von 15 Millionen, 24 Jahre alt, 1,78 groß, Belgier, defensives Mittelfeld spielt da, kann aber auch zentrales Mittelfeld oder offensives Mittelfeld spielen. Im März 2020, also dieses Jahr, war er schon in Testspielen für die Nationalmannschaft am Start, hat er debütiert und bei uns wettbewerbsübergreifend und auch saisonübergreifend 109 Spiele gemacht, 3 Tore und 4 Vorlagen. Letzte Saison, Bundesliga-Saison waren es 28 Spiele, 1 Tor und 4 Vorlagen und war dann eben, wie gesagt, viel in der Gerichteküche gewesen, vor allem Premier League Aufsteiger Nottingham Forest immer wieder genannt worden. Das Angebot gab es dann wohl mal, lag bei 11 Millionen, VfW wollte 15 Millionen, mit so ein bisschen dem Ziel und Traum von VfW, doch an die 20 ranzukommen bei Mangala. Und wir, war auch schon von Beginn an klar, wollen die Lücke intern füllen, werden ihn nicht mit einem Transfer ersetzen, sondern setzen da vor allem auf Armada, aber eben auch auf Mio oder Nathai eben intern. Letzte Saison war nicht so konstant bei Mangala, war jetzt nicht unbedingt die absolut klare Stammkraft, das war 2020, 2021 noch ganz anders und hier ist auch klar, der Junge hat richtig was drauf. Gerade technisch ist das Bock stark, was der kann, hat trotzdem auch, trotz der letzten Saison, meist neben Endo eben unser zentrales Mittelfeld gebildet und dann wurde eben recht klar, dass er weg will, dass er sich, ja, einfach zeigen will, sich für den WM-Kader qualifizieren will und eben dann doch eine andere Liga dafür will, einen anderen Klub dafür will, war auch beim Testspielsieg gegen Landesjahr nicht im Kader, auch gegen Dresden natürlich nicht. Dann haben Sky und Co. berichtet, dass es sicher zu Nottingham Forest geht, Vierjahresvertrag und nur noch die Zusage des VfB erwartet wurde und hier jetzt dann erstmalig die Zahlen, die hat Fabrizio Romano genannt, auf den kann man sich ja meistens verlassen. Die, ja, zahlentechnisch für mich einen absoluten Top-Deal darstellen. Zuerst mal die Angaben hier sind in englischen Pounds, da sind es fixe 12,75 Millionen, die Romano genannt hat, dazu Produktzahlungen von 3 bis 4 Millionen und dann, sausau wichtig, schrieb er, ihm wurde gesagt, dass es eine Weiterverkaufsbeteiligung gibt, die der VfB sich gesichert hat. Die liegt wohl bei 12 bis 14 Prozent und das ist natürlich extrem, extrem wichtig, wenn er sich manchmal eben entwickelt, dass wir später, wenn er eben dann doch den Schritt macht zum Top-Club und doch halt nicht nur für 12, sondern irgendwo für 30 Millionen hingeht, dass wir eben dann auch daran beteiligt werden und ein paar Millionen davon mitnehmen. Das ist gerade bei ihm sehr, sehr wichtig und hier nochmal der Wechselkurs, also zu Euro. Es sind laut Fabrizio Romano, wenn man da den Wechselkurs anwendet, 15 Millionen, die wir fix bekommen, 4 bis 5 Millionen Boni und damit könnte man eben bei Mangala auf eine Summe von fast 20 Millionen kommen. Und das ist absolut top, finde ich. Damit würde er auch der fünfteuerste Abgang des VfB werden. Bei Transferrock.de stehen eben noch, ich glaube, 13 Millionen stehen da drin, damit ist er aktuell noch auf Platz 10, aber wenn er eben diese 20 Millionen am Ende mit den Bolis zustande kommt bei Mangala oder eben auch die Summe oben drauf kommt, die wir bekommen oder die Prozente, die wir bekommen von Weiterverkauf, dann von Nottingham weg von Mangala, würde er eben auf die 5 hoch hüpfen hinter Pavard, Gomez, González und Werner. Werner auch ein Beispiel von eben sowas wie einer Weiterverkaufsgebühr. Also da haben wir auch nochmal kassiert, als der seinen großen Wechsel von Leipzig nach Chasey gemacht hat. Bild nennt eben auch Zahlen, die schreiben eben diese 13 Millionen, 2 bis 4 Millionen Boni und die schreiben sogar 15 Prozent Beteiligung. Also ähnliche Zahlen. Das Ding bei dem Transfer für mich ist jetzt halt die Frage, ist das dieser große Schritt? Klar, sagt sich auch immer einfach, aber es hieß auch immer, wir wollen unsere Spieler zu großen Vereinen, zu großen schnicksten Schritten verhelfen. So, jetzt geht es halt zu Nottingham Forest, die sind ja das erste Mal seit 1998, 1999 in der Premier League, sind über die Playoffs aufgestiegen im letzten Jahr und haben jetzt auch schon gehörig wild eingekauft, über 90 Millionen ausgegeben, weil halt in England Fernsehgelder bla bla bla. Allein durch den Aufstieg haben die halt Mehreinnahmen von 200 Millionen oder sowas. Vor allem interessant, die will halt wirklich komplett in der Bundesliga, die will dann in unserer Bundesliga. Avonii geholt, Niakate geholt, Oma Richards geholt und jetzt eben auch Mangrela. Aber zu dem Punkt zurück, ist halt die Frage, du kommst halt in den Premier League Aufsteigerklub, das heißt, die werden 100 Prozent im Abstiegskampf sein. Wenn es wirklich komplett scheiße läuft, steigst du halt direkt wieder ab mit dem Klub. Und dann hast du eben vielleicht ein Jahr, vielleicht hältst du dich auch drin in der Liga, hast du vielleicht zwei Jahre. Klar, die können sich natürlich auch die nächsten zehn Jahre in der Liga halten, das ist auch klar. Aber erstmal ein Aufsteiger natürlich nicht gesichert, dass sie drinbleiben, egal wie viel sie auch ausgeben. Jeder Klub in England kann richtig viel Kohle ausgeben in der englischen Premier League. Und da muss es halt dann laufen, da muss es halt sofort laufen. Das ist nicht so ein Top-Klub, den hat es aber auch letzte Saison nicht hergegeben. Die letzte Saison gibt diesen Top-Klub-Transfer nicht her, dass eben wahrscheinlich der Gedankengang von Mangrela jetzt mit einer Top-Saison in eben der größten Liga der Welt, das ist die Premier League, die interessanteste und attraktivste Liga der Welt, auf die die meisten Menschen schauen, könnte eben der Schritt auch schon nach einer Top-Saison eben dann zum Top-Klub gehen, als nächster Transfer von Nottingham Forest weg. Mal sehen, wie es da läuft. Hat auf jeden Fall den VfB im Herzen getragen. Der hat auch eine schöne Verabschiedung geschrieben. Da wirkt auch so, als hätte es das selber geschrieben. Ob es doch ein Management war dahinter, keine Ahnung, aber es wirkt, als hätte es selber geschrieben. Sehr sympathischer Spieler. Also ich sage auch hier in Aussagen irgendwie von wegen, also rund um diese Transfergerüchte gab es keine Aussagen oder sowas, die ich jetzt im Kopf hätte, die es irgendwie unsympathisch gemacht haben oder so, oder die irgendwie, ja, das in Frage stellen würden, dass er eben doch ein Herz für einen VfB hat. Also auf jeden Fall alles Gute an ihn für seine restliche Karriere. Und damit sind eben auch nun nach bisher eigentlich nur Ausgaben auch Einnahmen da. Stehen es beim Transferplus von 6,6 Millionen. Der VfB hat sich auch mit einem schönen Video verabschiedet. Abgang am 31. Juli offiziell geworden. Gerne eure Meinung in die Kommentare zum Mangala-Transfer. Bedankt mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020